Coaching, Business aufbauen in zwölf Schritten. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe vor einiger Zeit bei der One Funnel Away Challenge mitgemacht, kurz OFA. Das war in 2018, glaube ich, im Herbst, hatte zum ersten Mal stattgefunden und ich war auch dabei. Ich habe damals mitgemacht, weil ich es liebe, dazuzulernen, weil ich weiß, dass die Amerikaner einfach gut sind im Marketing und weil ich den Russell Brunson schon immer ein bisschen beobachtet habe. Der war nämlich der Verkäufer oder der Anbieter von dieser Challenge. Und ich habe eigentlich erwartet, dass die relativ teuer ist. Und da sie sie für 100 Dollar damals angeboten haben, habe ich mir gesagt, das ist ein No-Brainer, da brauche ich nicht großartig nachdenken, da mache ich einfach mit. So bin ich dazugekommen zu dieser One Funnel Away Challenge. Die hat dann auch gestartet. Ich glaube, das waren tägliche Videos. Das war sogar ein Vorbereitungskurs. Der ging, glaube ich, fünf Tage mit dem Stephen Lawson. Das war der Coach damals. Und als das losgegangen ist, hat der gesprochen und ich habe so gut wie nichts verstanden. Ich bin irgendwie neben mir gestanden und habe mir überlegt, wo bin ich hier gelandet? Ich verstehe nicht, Hilfe. Es lag einfach daran, dass er durchaus schnell gesprochen hat, dass er viele Fachwörter verwendet hat. So viele waren es jetzt nicht, aber es waren halt etliche für mich damals. Und ich war halt da nicht so fit in dem Englisch hören und dann auch noch gleich umsetzen. Ich habe also wirklich, aber ich bin dran geblieben, weil ich habe auch bezahlt. Ich will das ja auch lernen. Und habe dann am dritten oder vierten Tag mit plötzlich einen Lichtblick gehabt. Dann habe ich plötzlich verstanden, um was es gegangen ist. Bis dahin ging es eigentlich immer so, ich weiß nicht genau, was hier passiert. Ich habe da gemerkt, es sind sehr, sehr viele Leute mit dabei in diesem Zoom-Call war das damals. Und dann kam also dieser Durchbruch und ich habe mir gedacht, wow, was der da macht. Jetzt habe ich es plötzlich verstanden. Und das Interessante war, ich bin dann wieder zurückgegangen und habe mir die Aufzeichnung angeschaut von den Zoom-Calls davor, denn die waren zum Glück alle da. Und beim zweiten Mal anschauen habe ich dann schon deutlich mehr verstanden, um was es gegangen ist. Und beim dritten Mal noch mehr. Und die waren richtig gut. Ich habe dann auch wirklich verstanden, um was es geht. Und der Stephen Lawson hat einen super Ansatz. Er sagt nämlich, das ganze Marketing ist eine Wissenschaft. Und wenn ich die Wissenschaft verstehe, dann kommt der Erfolg automatisch. Dann kann ich das gar nicht mehr abwinden. Und das hat mich natürlich schon fasziniert. Weil bis dahin hatte ich immer so den Gedanken, wo fange ich denn diesen Wollknäuel genau an? Da gibt es so viele verschiedene Fäden. Und welcher ist denn da jetzt der, der mich wirklich zum Ziel bringt? Und wie muss ich die ganzen Wollknäuel, die ganzen Fäden zusammenspinnen, damit es funktioniert? Und jetzt kommt der Stephen Lawson und erklärt mir, es ist eine Wissenschaft. Du kannst in einer ganz bestimmten Reihenfolge vorgehen und dann kommst du praktisch zum Erfolg. Und das ist immer das Gleiche bei jeder Firma, die was verkaufen möchte und die ganz speziell dann auch online verkaufen möchte. Und mir hat das einfach gefallen, wie gut er das gemacht hat. Also das war irgendwie eine Wellenlänge, die mir gefallen hat. Und seitdem ist er auch irgendwo mein Coach. Mittlerweile habe ich dann ein bisschen mehr erfahren über ihn, dass er nämlich bei dem Russell Brunson auch selber angefangen hat zu lernen. Davor hatte er zwar immer versucht, online was aufzubauen, aber es ist ihm nie so richtig gelungen. Auch nicht, als er beim Russell Brunson war. Aber er war beim Russell Brunson halt praktisch neben dem Russell gesessen, hat gesehen, wie er immer wieder seine Funnel-Systeme aufbaut, seine Verkaufssysteme online und dann immer wieder einen Haufen Geld mit verdient. Und er, der Stephen Lawson war derjenige, der das halt umsetzen musste. Der war der Coach der Kunden vom Russell Brunson. Der hat ihn ja dafür extra angestellt. Und irgendwann war er dann der Coach vom Inner Circle, das ist der innere Kreis vom Russell Brunson, die also richtig viel Geld bezahlen für dieses Coaching. Ich weiß nicht genau, wo das liegt. Waren es 50.000 Dollar im Jahr oder so. Also es war schon richtig viel. Und über die Zeit hinweg, das müssen wohl ein paar Jahre gewesen sein, hat er dann schon festgestellt, dass der Russell Brunson immer wieder das Gleiche erklärt. Und das sich ständig wiederholt. Und dann war eben die Idee da, wie kann man das verbessern, dass das nicht mehr passiert. Und dann war die Lösung dafür, der Stephen soll sich mal die ganzen Videos anschauen, die der Russell Brunson die letzten zwölf Jahre aufgenommen hat. Und da rausfinden, was sind da die wesentlichen Punkte, die in die richtige Reihenfolge bringen. Und das gibt dann diesen neuen Kurs. Und diese Aufgabe hat er bekommen, die musst du also machen. Und da war er sechs Monate beschäftigt, diese ganzen Videos anzuschauen von den zwölf Jahren und die ganzen Schnipsel rauszuholen aus den Videos. Dann die Reihenfolge, die richtige Sortierung zu machen. Das gab irgendwie eine riesen Excel-Datei. Aber er hat es dann geschafft. Und aus diesem Ganzen ist dann das erste Two-Komma-Club-Coaching-Programm entstanden. Two-Komma-Club heißt im Amerikanischen zwei Kommas. Und das steht für eine Million. Denn die Amerikaner schreiben eine Eins und dann drei Nuller und nochmal drei Nuller. Und die drei Nuller sind immer durch ein Komma abgetrennt. Bei uns ja mit einem Punkt und im Amerikanischen mit einem Komma. Und daher kommt dann Two-Komma. Two-Komma-Club heißt dann eine Million Euro verdient online mit einem Verkaufsfunnel. Also dieses Two-Komma-Club-Coaching hat dann den ersten Kurs bekommen, den ersten Programm. Und das war genau das, was der Stephen Lawson da herausgearbeitet hat. Und er war dann auch der einzige Coach für 600 Teilnehmer in diesem Coaching. Also er hat wirklich sehr viele verschiedene Geschäfte gesehen. Und hat dabei auch sehr viel gelernt. Auch weil er gemerkt hat, bei diesem Two-Komma-Club-Coaching, was sie da gemacht haben, gab es immer wieder Nachfragen zu bestimmten Stellen, wo er gemerkt hat, oh, da fehlt noch ein bisschen was, da kann man noch ein bisschen was ergänzen. Und das hat er dann mit seinen Strukturen und mit seinen Frameworks ergänzt. Sodass dann letztendlich was rausgekommen ist, was noch besser, noch genauer die Dinge auf den Punkt bringt. Und das hat er dann genannt, dieses Ergebnis hat er dann genannt, Xavier. Also X-A-V-I-I-E-R. Und dieses Xavier-Framework, das ist das, was der Stephen Lawson entwickelt hat. Und mit dem das möglich ist, wenn ich das anwenden und verstehe, dann kann ich Angebot und Verkaufstext zusammen erstellen. Und bekomme dann wirklich ein unwiderstehliches Angebot, das sich eben durch diesen Verkaufstext auch automatisch verkauft. Und genau darum geht es heute in diesem Video. Ich werde dir genau dieses System vom Stephen Lawson vorstellen. Und zwar sind es insgesamt zwölf Schritte und die gehen wir alle gemeinsam jetzt durch. Der erste Schritt heißt, was kann ich schon? Hier geht es um Inventur machen. Feststellen, was wir schon alles haben, was du schon alles hast. Denn wenn wir an unseren Systemen arbeiten, in unserem Bereich, wo wir jeden Tag unterwegs sind und immer wieder darüber nachdenken, dazulernen, Sachen ausprobieren, dann merken wir gar nicht mehr, wie gut wir werden. Denn wir lernen jeden Tag dazu und machen jeden Tag eine Entwicklung nach vorne. Was uns halt auffällt, was mir jedenfalls immer so geht, wenn ich mich mit anderen Coaches beschäftige und von ihnen lerne, wie wenig ich weiß. Weil ich ja immer merke, ich kann immer wieder was dazulernen. Aber was ich dabei übersehe, ist, den ganzen Menschen, die diesen Weg nicht mitgehen von mir, sondern mich vielleicht beobachten, für die weiß ich so viel mehr und bin so weit voraus. Und darum geht es jetzt bei diesem ersten Punkt Inventur machen. Festzustellen, was weiß ich schon alles? Was kann ich schon? Also wirklich aufzulisten, was ich schon alles habe. Zum Beispiel habe ich hier diesen YouTube-Kanal. Oder ich habe auch noch einen Podcast. Oder ich habe auch noch meine LinkedIn-Seite, wo ich auch regelmäßig poste. Bei dir ist das ganz was anderes. Aber dieser erste Punkt ist wichtig. Stelle fest, wo du jetzt gerade stehst. Notiere dir alles, was du alles an Assets hast, also an Vermögensgegenständen, die du mit einbringen kannst in deine weitere Reise. Das ist wichtig, denn du musst einfach wissen, wo du herkommst, damit du auch den Weg dann festlegen kannst zu deinem Ziel. Das wird nämlich dann der nächste Punkt noch werden. Also stelle jetzt fest, wo du jetzt stehst und wo du jetzt bist. Mach jetzt Inventur. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Was macht Sinn? Jetzt geht es darum, wo wollen wir hin? Wo ist das Ziel? Und manchmal wissen wir das nicht so genau. Und dann ist es aber auch schwierig, weil dann treibt es dich irgendwo hin und du kannst es nicht beeinflussen. Und im schlimmsten Fall bewegst du dich auf dem Ziel zu und kurz bevor du das Ziel erreichst, treibt es dich ab, weil du deinen zierlichen Blick hast. Und dann gehst du auf ein anderes Ziel zu und dann hast du weder das Neue noch das Alte erreicht. Deshalb ist es so wichtig, dir wirklich Gedanken zu machen jetzt in diesem zweiten Schritt. Was macht Sinn? Was ist dein Ziel? Wo möchtest du hin? Und das Schöne dabei ist, du kannst dir das Ziel selber festlegen. Es schreibt dir keiner vor. Du kannst es wirklich auswählen. Sicherlich geht nicht jedes Ziel, aber es gibt sehr, sehr viele verschiedene Ziele und du darfst dir eins aussuchen. Und da empfehle ich dir halt wirklich eins rauszusuchen, wo du dir vorstellen kannst, das würde mir Spaß machen. Das kann ich auf Dauer machen oder zumindest eine längere Zeit machen. Und da kannst du verschiedene Kriterien anwenden. Das wichtigste Kriterium ist wahrscheinlich, wie kann ich meinen Lebensunterhalt damit verdienen? Was soll ich verlangen? Welchen Preis soll ich verlangen? Und da ist ein guter Ansatz von Stephen Lawson. Er sagt, verkaufe nur ein einziges Produkt, zumindest jetzt am Anfang. Und dieses eine Produkt, es muss in der Lage sein, deinen Grundbedarf abzudecken. Das heißt, all deine Kosten, deinen eigenen Lohn, den Lohn deiner Mitarbeiter, falls du sie hast, und die Grundkosten deiner Firma, was halt alles da ist, wie Miete zum Beispiel oder Abschreibungen oder Ausgaben. Die ganzen Grundkosten muss dieses eine Produkt abbilden. Das ist das Kernprodukt deines Unternehmens. Aber mehr nicht. Dieses Produkt ist nicht in der Lage, deinen Unternehmergewinn zu bezahlen. Das wird auch nicht deinen Gewinn deines Unternehmens vorantreiben, sondern es wird einfach nur die Basiskosten abdecken. Damit hast du im Prinzip den Grundstock geschaffen, sodass du quasi finanzielle Ruhe hast. Finanzielle Freiheit würde ich es noch nicht nennen, weil du damit noch keine Rücklagen schaffst. Aber du hast praktisch alle Ausgaben damit abgedeckt. Und das ist das Wichtige hier bei diesem zweiten Punkt. Und jetzt kannst du zum Beispiel rückwärts rechnen. Wenn ich mir zum Beispiel vornehme, eine Million Euro pro Jahr zu verdienen und ich habe nur ein Produkt, wie oft muss ich dann dieses Produkt verkaufen oder wie teuer muss es sein, wenn ich es jeden Tag einmal verkaufe? Wenn ich es jeden Tag einmal verkaufe, sind es um die 365 Verkäufe. Und bei einer Million sind es dann ungefähr 3.000 Euro. So teuer müsste mein Produkt sein, so ganz grob, um auf eine Million Euro Umsatz zu kommen. Das ist so die Größenordnung. Wenn ich 300 Euro verlange für mein Produkt, dann liege ich halt bei 100.000 Euro. Jetzt, wenn ich meine Firma anschaue, was die kostet, dann liege ich irgendwo da in diesem Bereich zwischen 100.000 Euro und eine Million Euro im Jahr. Das ist das, wo ich sage, da ist mein Grundbedarf. Und jetzt kann ich wieder auf mein Produkt wirklich zurückgehen. Wenn ich sage, ich verkaufe mein Produkt einmal am Tag, dann muss der Preis irgendwo zwischen 300 Euro und 3.000 Euro liegen. Und ich für mich entscheide jetzt einfach, ich nehme 1.000 Euro. Ich werde ein Produkt bauen, das 1.000 Euro kostet für meine Kunden. Und das ist der zweite Schritt. Zu dem Moment weiß ich noch gar nicht, was ich verkaufen werde, in welchem Markt ich es verkaufen werde, wie meine Zielgruppe ausschaut, sondern ich lege jetzt einfach nur das Ziel fest, das finanzielle Ziel hier, damit das ganze Geschäft überhaupt einen Sinn macht. Und das ist, finde ich, ein wirklich starker Ansatz. Das ist der zweite Punkt bei unserem 12-Schritte-System. Wenn dir dieses Video gefällt, dann klicke auf den Abonnieren-Button und schreibe in die Kommentare, ich habe abonniert. Und ich werde dir persönlich antworten. Jetzt kommen wir zum dritten Schritt. Wem soll ich helfen? Hier geht es darum, die Zielgruppe zu bestimmen. Hier tauchen wir wirklich ein in den Markt. Bis vorher war das jetzt alles Sache von einem Geschäftsführer, der sich überlegt, wie baue ich mein Geschäft auf. Und jetzt kommen wir wirklich zum Unternehmer, der in den Markt eintaucht. Und der erste Schritt beim Markt ist, nicht ein Produkt aufzustellen oder irgendwas zu machen, Werbung zu machen, sondern der erste Schritt ist zu überlegen, wem soll ich helfen? Wer ist die Zielgruppe? Und hier kommt es darauf an, dass du dir, auch hier wieder hast du die Freiheit, dir deine Zielgruppe ganz frei rauszusuchen, aber achte darauf, dass diese Zielgruppe dir Spaß macht, dass das Leute sind, mit denen du auch gerne arbeiten möchtest. Wenn ich mir meine Zielgruppendefinition anschaue, dann tue ich mir sehr leicht zu sagen, mit wem ich nicht arbeiten möchte. Deshalb habe ich auf meine Liste geschrieben, mit wem ich alles nicht arbeiten möchte. Diese Abgrenzung ist fast leichter als die andere Seite. Also ich arbeite sehr gerne mit Unternehmern, aber eben nicht mit Unternehmern, die mich herumkommentieren, die nicht auf Teamarbeit aus sind. Das sind Leute, die möchte ich nicht haben bei mir als Kunde. Und deshalb kann ich mir das auch als Zielgruppe so definieren. Ich bestimme meine Zielgruppe. Und was auch noch wichtig ist bei einer Zielgruppe, die muss Geld haben. Die muss mein Produkt bezahlen können. Denn mein Produkt kostet ja, haben wir beim letzten Mal festgestellt, 1.000 Euro. Und die muss jemand investieren wollen. Das habe ja auch Unternehmer, damit die auch wissen, dass sie investieren müssen. Und das Investieren auch Sinn macht. Und die haben normalerweise auch Geld, wenn mein Produkt auch wirklich ein Problem löst. Da kommen wir später noch dazu. Aber diese Zielgruppe, die macht für mich Sinn. Es gibt noch viele andere Zielgruppen. Wichtig ist, such dir eine Zielgruppe raus, wo du sagst, mit der arbeite ich gerne zusammen. Und die hat auch Geld. Denn ohne Geld funktioniert unser ganzes Geschäft nicht. Also die Frage ist ganz wichtig. Wem will ich helfen? Diese Frage musst du beantworten. Ich kann mich noch erinnern, wie ich früher im Bett gelegen bin und habe mir überlegt, was soll ich für ein Produkt entwickeln? Oder wem soll ich helfen? Das sind alles nicht so die richtigen Fragen. Es ist viel besser zu fragen, wem will ich helfen? Und damit definierst du dir wirklich die Zielgruppe, mit der du arbeiten möchtest. Und sehr wahrscheinlich ist deine Zielgruppe eine andere als meine. Deshalb wird es kaum deckungsgleiche Zielgruppen geben, sondern jeder hat da so seine eigenen Zielgruppen. Also es ist eigentlich ganz gut, wenn wir so vorgehen. Jetzt kommen wir zum vierten Schritt. Was passiert da draußen? Jetzt geht es darum, zu verstehen den Markt. Markt heißt, es sind Unternehmen da, die etwas verkaufen und es sind Kunden da, die etwas kaufen. Und das muss man mitbekommen. Wenn ihr nur zu Hause hier im Büro sitzt, so wie bei mir, dann bekomme ich es ja nicht unbedingt mit, was da draußen vorgeht. Das ist so wie früher am Marienplatz, als die ganzen Geschäfte in München offen gehabt haben und da sind die Leute rumgelaufen, da konnte ich mich wirklich hinbewegen, konnte gucken, was sind da für Geschäfte, wo laufen die Leute hin, wo sind die Kundensträume, wo gibt es neue Geschäfte, wo schließen Geschäfte, da sehe ich den Markt. Und genau das Gleiche musst du auch machen, wenn wir jetzt online arbeiten. Auch da gilt es darum, rauszufinden, wie schaut dein Markt aus, welche Unternehmen sind drauf und wo gehen die Kunden und wie kaufen sie. Dein Markt soll auf jeden Fall ein großer Markt sein und der Markt soll auch wachsen, da sollen wieder neue Leute dazukommen. Das ist wichtig für den Markt. Also den Markt musst du verstehen und eine Möglichkeit, ihn zu verstehen ist, über die Werbung zu gehen. Jetzt kommen wir zum Punkt 5 unserer Liste. Warum verstehen die mich nicht? Hier geht es um eine Frage, die auftritt, wenn du dich nicht richtig positioniert hast. Also Nummer 5 heißt, positionieren. Und positionieren zwar in dem Sinne, dass deine Kunden dich verstehen. Und das wiederum heißt, du musst in der Lage sein, mit den Augen deines Kunden zu sehen und einfach in ihren Kopf reinzuschlüpfen und zu sehen, was sie denken, wie sie reden und welche Probleme sie selber sehen. Das ist Arbeit, denn das heißt für mich, ich muss mich wirklich darum kümmern, was meine Kunden schreiben, denken und wie sie die Welt sehen. Und da hilft es auch nichts, wenn ich dann sage, ja, aber oder ich habe nochmal die Lösung. Und das geht es überhaupt nicht. Es geht überhaupt nicht um mich, sondern es geht um meinen Kunden, um unsere Kunden, dass wir sie auch wirklich verstehen. Was treibt sie an? Welche Probleme, welche Sorgen, welche Nöten haben sie? Denn wie ihnen wollen wir ja helfen. Also müssen wir wirklich zuhören und uns auch wirklich genau in sich hinein zu versetzen, damit wir das verstehen und uns dann auch wieder richtig positionieren können. Positionieren heißt, dass wir dann auch genauso sprechen, dass sie uns richtig verstehen. Dass wir also nicht über irgendwelche tollen Sachen sprechen, wie Sales Funnel und One Funnel Away Challenge auf war und das interessiert unsere Kunden nicht, sondern unsere Kunden haben einen besonderen Gedanken, zum Beispiel Coaching-Business aufbauen. Wie baue ich denn jetzt mein Coaching-Business auf? Dann muss ich auch genau da über diesen Punkt sprechen und auch die Gedanken verwenden, die meine Leute im Kopf haben. Das heißt positionieren. Also genau an der Stelle mich dahin bewegen, wo sich meine Kunden bewegen und da mit ihnen zu sprechen in ihrer Wortwahl und sich nicht jetzt versuchen durch viele Learnings und durch viele Schulungen dazu hin zu bewegen, das ist das gleiche Wissen wie ich. Das ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist, mit ihnen so zu reden, wie sie reden und denken den ganzen Tag. Deshalb ist das auch wirklich Arbeit. Da müssen wir uns selber so verändern, dass wir so werden wie sie und die Welt mit ihren Augen sehen können. Das ist der Punkt Nummer 5. Jetzt kommen wir zum Punkt Nummer 6. Was hält sie nachts wach? Wenn wir dieser Frage nachgehen, dann verstehen wir die Probleme unserer Zielgruppe. Probleme gibt es immer wieder und es gibt unglaublich viele Probleme. Aber welche Probleme sollen wir uns denn annehmen? Wichtig ist erstmal, alle Probleme zu sammeln, die unsere Zielgruppe hat. Und je länger diese Liste wird, umso besser. Denn das ist dann quasi wie so ein Klavier und du kannst auf diesem Klavier spielen. Also es gibt sehr viele Probleme und wenn wir uns so ein Problem annehmen und es auch lösen wollen, dann muss es aber auch was wert sein im Kopf unseres Kunden. Wenn wir irgendein kleines Problem nehmen, dann können wir damit kein 1000 Euro Produkt bauen, sondern es muss schon ein großes Problem sein, was für unseren Kunden schwierig ist und die 1000 Euro auch wert ist, dann kann es funktionieren. So als Beispiel, wenn jemand über 100 Kilo wiegt, aber abnehmen möchte auf 80 Kilo und das schon oft probiert hat und wirklich nicht weiterkommt, dann kann das so viel wert sein für ihn, wenn ich ihm dazu eine Lösung biete, dass er das auch wirklich schaffen kann und auch wirklich umsetzen kann in einer für ihn akzeptablen Zeit. oder wenn jemand ein Geschäft hat und den Kundenstamm aufbauen möchte, also Kunden, die immer wieder kommen, aber er steht kurz vor der Pleite und er will endlich diesen Kundenstamm jetzt aufbauen, damit er auch wieder ein lukratives Einkommen hat, dann ist das so viel wert. Das ist ein Problem und diese Lösung ist für ihn so viel wert. Oder wenn jemand verheiratet ist, eine Ehe hat, aber kurz vor der Scheidung steht und er dieses Problem hat, dass das verschwinden soll, sodass er wieder zur erneuerten Liebe findet. Auch das ist so viel Geld wert. Also das sind alles wertvolle Probleme, die es zu lösen gilt oder wichtige Probleme und solche Probleme gilt es zu finden und deshalb sammle ganz viele Probleme in deiner Zielgruppe, sodass du eine Übersicht hast und dass du dann auch sortieren kannst, welche von diesen Problemen sind es auch wirklich wert, sie zu lösen. Also das war der sechste Schritt. Verstehe die Probleme deiner Zielgruppe. Jetzt kommen wir zum siebten Schritt. Wie kann ich helfen? Jetzt geht es darum, Lösungen zu finden für diese Probleme. Auch hier haben wir wieder Arbeit für uns. Das heißt, überlege dir, bei jedem einzelnen Problem will ich da helfen. Kann ich das Problem lösen? Was muss ich dazu lernen vielleicht? Oder vielleicht weiß ich es auch schon, wie es geht. Oder muss ich dazu kreativ werden? Macht durchaus Sinn. Vielleicht findest du auch verschiedene Lösungen für ein Problem. Und du musst dich unter Umständen einarbeiten. Du musst dich einarbeiten in die Gedankenwelt deines Kunden. Du musst verstehen, wie er sein Problem sieht und wie du ihm dann helfen kannst von außen. Aber es geht darum, Lösungen zu finden. Und diese Lösungen, eine dieser Lösungen ist dann dein Produkt, das du dann entsprechend verkaufen kannst. Und die anderen Lösungen, die anderen Probleme brauchen wir auch. Und das wird dann in den nächsten Schritten klar werden. Also jetzt geht es erst mal darum, wie kann ich helfen? Wie kannst du helfen? Finde die Lösungen für die Probleme. Jetzt kommen wir zum achten Schritt. Was kaufen Sie? Hier geht es darum, das Angebot zu erstellen. Und jetzt kommt dieser Xavier-Prozess ins Spiel, von dem ich dir am Anfang schon erzählt habe, den der Stephen Lawson entwickelt hat. Und dieses Xavier-Prozess, der dir wirklich auch so viel weiterhelfen wird. Weil er wird nicht nur dein Angebot erstellen, sondern auch deinen Verkaufstext. Und den Verkaufstext, den brauchen wir. Also Xavier heißt, das X steht für das Produkt, das du verkaufen möchtest, wo du sagst, das ist deine Lösung für das Problem deines Kunden. Das ist aber unter Umständen nicht das, was dein Kunde kaufen möchte. Deshalb kann es sein, dass du noch ein zweites Produkt anbieten musst, das ist das A von Xavier. Und dieses Produkt steht dafür, das ist das, was deine Kunden kaufen wollen. X A. Und dann kommt das V, das V und das I und das R. Und diese drei, die stehen für die Einwandbehandlung. Bei den Einwänden gibt es drei Einwände. Der erste Einwand ist, funktioniert dieses Produkt überhaupt? Das ist das V, das Vehikel. Und dann kommt das I, das heißt Intern. Kann ich das mit deinem Produkt lösen, dieses Problem, was ich habe? Die Frage stellt sich der Kunde. Und dann kommt das E, das ist das External. Dann stellt sich der Kunde die Frage, was brauche ich alles dazu, damit ich dieses Problem mit deinem Produkt lösen kann? Habe ich das? Das ist Zeit und Geld, solche Geschichten. Und dann kommt Xavier, noch das R von dem Xavier, der letzte Buchstabe, der steht für Reason, für Grund. Das heißt, gib ihnen einen Grund, damit sie jetzt handeln. Menschen brauchen immer einen Grund, damit sie handeln können. Der Grund, es spielt fast keine Rolle, was das ist, aber es muss ein Grund da sein. Das ist der Xavier-Prozess, den du da anwenden kannst, um dieses perfekte Angebot zu erstellen. Das ist der achte Schritt. Jetzt kommen wir zum neunten Schritt. Wie soll ich denn verkaufen? Hier geht es darum, den Verkaufstext zu bestimmen. Und die Lösung dazu ist, mit Stories, mit Storytelling. Wenn du dazu mehr wissen möchtest, dann kannst du dir das erste Video meines neuen Kurses kostenlos holen. Und das findest du unter petermartini.de-kunden. Geh einfach da drauf und dann bekommst du das erste Video. Und da erkläre ich dir genau, wie du mit Storytelling Kunden gewinnen kannst. Jetzt kommen wir zum zehnten Schritt. Welche Verkaufsmethode funktioniert heute? Jetzt werden wir die Verkaufsmethode bestimmen. Das, was immer funktioniert, ist der 1 zu 1 Verkauf. Der findet heute statt per Telefon oder per Zoom-Call. Und damit kannst du dein Produkt verkaufen, wenn du den Verkaufstext gemacht hast aus dem letzten Schritt. Der Verkauf hier ist ein 1 zu 1 Verkauf. Das heißt, du verkaufst wirklich von dir zu einem Kunden. Hat den ganz großen Vorteil, dass du sofort unmittelbar alles Feedback bekommst. Dass du sofort hörst, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und wenn du hier genügend Verkäufe gemacht hast, dann weißt du das, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und du kannst dich wirklich darauf einstellen, dass du immer wieder die gleichen Dinge sagst, weil du weißt, dass das funktioniert. Und wenn du an der Stelle bist, dann kannst du einen 1 zu 1 Verkauf machen. Das heißt, du lädst eine ganze Gruppe von Menschen ein und hältst einen Vortrag und sagst in dem Vortrag genau die Dinge, die vorher auch schon im 1 zu 1 Verkauf funktioniert haben. Und dann kaufen die Leute auch. Und das Pendant dafür online ist das Webinar. Also du hältst einen Vortrag vor einem Video und alle Leute schauen dir zu. Und mit diesem Webinar kannst du gleich mehreren Leuten gleichzeitig verkaufen. Das ist die Verkaufsmethode im 10. Schritt. Die funktioniert. Jetzt kommen wir zum 11. Schritt. Wie kann ich Content erstellen? Jetzt geht es darum, Werbung zu machen, damit deine Zielgruppe auch zu dir findet. Wobei dieses Content, sagt das Stephen Lawson, auch kein Content ist, bloß damit wir Content erstellen, sondern dieser Content hat eine besondere Funktion. Er soll wirklich deine Kunden zu dir bringen, sodass sie auch kaufen. Darum geht es. Also es geht darum, Werbung zu machen, die auch deiner Zielgruppe wirklich hilft, sodass deine Zielgruppe auch von dir angezogen wird. Da geht es nicht darum, dass du viele Likes und Klicks bekommst. Das spielt überhaupt keine Rolle. Um das geht es gar nicht. Sondern es ist wichtig, dass du sichtbar bist und dass du immer wieder verweist auf dein Angebot, sodass die Leute auch wirklich wissen, wie kommen sie zu deinem Angebot hin. Und dass sie auch merken, dass du ihnen hilfst, dass dieser Content, den du erstellst, auch wirklich hilfreich ist für deine Zielgruppe. Wenn du ihnen hilfst, dann schaffst du damit auch das Vertrauen, sodass sie dir auch zutrauen, dass du ihnen noch mehr helfen kannst. Und dann klicken sie auch wirklich auf deinen Link und kommen zu deinem Angebot. Und jetzt kommen wir zum Punkt 12, der letzte Punkt der Liste. Warum brauche ich eine Aktion? Wenn du eine Verkaufsaktion durchführst, dann wirst du einfach deutlich besser verkaufen. Eine Verkaufsaktion heißt einfach, die beginnt zu irgendeinem Zeitpunkt und hört zu einem Zeitpunkt auf. Und so eine Verkaufsaktion führt einfach dazu, dass der Verkauf besser läuft. Du kannst natürlich die Verkaufsaktion immer wieder starten. Es gibt Leute, die verkaufen einmal im Monat für ein Wochenende oder für eine Woche ihren Kurs. Und dann ist er halt nicht mehr verfügbar. Und auch das ist schon eine Möglichkeit. Aber achte darauf, dass du nur sinnvolle Beschränkungen machst. Zum Beispiel kannst du sagen, wir starten das Coaching mit einer neuen Gruppe. Und das soll am Montag starten. Und deshalb werden wir am Sonntag den Verkauf schließen. Das ist eine sinnvolle Begründung. Dann startet das Gruppencoaching auch gemeinsam. Jetzt zum Schluss habe ich noch ein Gedenk für dich. Wenn du mit Storytelling Kunden gewinnen willst, dann geh auf petermartini.de-kunden. Dort bekommst du einen kostenlosen Zugang zum ersten Video meines neuen Kurses. Und du erfährst, wie du mit Storytelling Kunden gewinnst. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuhören und wir sehen uns dann später mal wieder in einem anderen Video. Bis dahin.